Willkommen bei zur Vorschau. Im heutigen Video sehen wir uns die besten Filterkaffeemaschine Test an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Langlebigkeit und mehr aufzulisten. Wenn du den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchtest, kannst du die Links in der Beschreibung anklicken. Legen wir jetzt also am besten gleich mit der Liste los. Angefangen auf Platz Nummer 5 haben wir der WMF WMF STELIO. Die WMF Kaffeemaschine STELIO ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Filtertrichter und die Tropfschale sind aus Chromagan Edelstahl 18 Zehntel gefertigt, der eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist. Dank ihrer kompakten Abmessungen kann diese Kaffeemaschine in jeder Küche verwendet werden und ist ideal für kleine Räume. Sie verfügt über eine Glaskaraffe mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1 Liter und einen ergonomischen Griff zum einfachen Ausgießen. Die automatische Abschaltfunktion schaltet das Gerät nach 9 Stunden ab, sodass Sie jeden Morgen eine frische Tasse Kaffee genießen können. Die WMF Kaffeemaschine STELIO ist die perfekte Wahl für alle, die eine frische Tasse Kaffee genießen möchten. Die Kaffeemaschine hat eine Reihe von Funktionen, die Sie ideal für kleine Räume machen. Nummer 4 ist der Melitta Easy. Die Easy von Melitta ist eine kompakte Kaffeemaschine, die bis zu 10 Tassen Kaffee brüht. Das Gerät verfügt über einen beleuchteten Ein-Ausschalter, einen herausnehmbaren Schwenkfilter mit integriertem Tropfstopp, eine automatische Endabschaltung und eine Glaskaraffe mit Griff. Die Easy von 1023 bis 02 ist für die Verwendung mit Melitta-Filtern der Größe einer oder jedem Standardpapierfilter für 4 bis 8 Tassen geeignet. Die Melitta Easy Kaffeemaschine liefert die volle Aromaentfaltung Ihres Lieblingskaffees aus ganzen Bohnen dank des leistungsstarken 1000 Watt Heizelements in wenigen Minuten zu einem perfekten Brühstück. Mit einem Fassungsvermögen von 10 Tassen ist diese Kaffeemaschine ideal für größere Versammlungen und Gäste. Die Glaskaraffe verfügt über einen tropffreien Ausgießer und einen bequemen Griff für einfaches Servieren. Platz Nummer 3 haben wir der Melitta. Mit dem Melitta Enjoy Top Term Filter können Sie Ihren Kaffee genauso genießen, wie Sie ihn mögen. Mit dem Aroma Wahlschalter können Sie aus verschiedenen Kaffeegeschmeckern wählen, während der herausnehmbare Filtereinsatz und der transparente Wassertank den Überblick über den Brühvorgang erleichtern. Der Tropfstopp sorgt dafür, dass der Kaffee nicht überall hinfließt, und dank der externen Wasserstandsanzeige müssen Sie nie raten, wie viel Wasser noch vorhanden ist. Der beleuchtete Ein-Ausschalter und die automatische Endabschaltung sorgen für eine einfache Bedienung, und das Edelstahlgehäuse und die hitzebeständige Glaskaraffe machen diesen Filter ebenso elegant wie funktionell. Der Melitta Enjoy Top Term Filter ist die perfekte Möglichkeit. Nummer 2 ist der Russell Hobbs Kaffeemaschine. Die Russell Hobbs Kaffeemaschine Adventure mit Worldtech Brühtechnologie für hervorragendes Aroma. Die hochwertige Glaskanne hat einen Scharnierdeckel und Füllstandsmarkierungen sowie eine Warmhalteplatte. Der abnehmbare Filterhalter, die automatische Abschaltung und der Tropfstopp bei abgenommener Kanne sorgen für eine einfache Bedienung. Es gibt sogar eine externe Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung, einen integrierten Messlöffel und eine Kontrollleuchte. Die Kaffeemaschine ist aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen gefertigt, hat ein Fassungsvermögen von 10 Tassen und 1100 Watt der Macht. Die Russell Hobbs Kaffeemaschine Adventure ist die ideale Wahl für Liebhaber von tiefem L, die ein hervorragendes Aroma und perfekte Ergebnisse wünschen. Sie ist mit der Worldtech Brühtechnologie ausgestattet. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, der Rommelsbacher Kaffeemühle. Die Kaffeemühle EKM 300 steht für höchste Qualität und hervorragende Leistung. Das formschöne Gehäuse ist aus erstklassigem, besonders edlem Hochglanzkunststoff gefertigt, das Kegelmalwerk aus Edelstahl garantiert ein perfektes Mahlergebnis. Die 12 individuell einstellbaren Mahlgrade von grob bis extra fein ermöglichen eine individuelle Anpassung an ihren Geschmack und ihre Bohnensorte. Die Mengendosierfunktion ermöglicht die Zubereitung von bis zu 10 Portionen auf einmal und die integrierte Schnuraufbewahrung sorgt für eine einfache Handhabung. Mit dem abnehmbaren, transparenten Bohnenbehälter mit mit einem Fassungsvermögen von 300 Gramm verfügen Sie über alle notwendigen Eigenschaften für perfekte Mahlergebnisse zu Hause. Wie immer findest du alle Links zu diesen Produkten in der Beschreibung unten. Danke fürs Ansehen und wenn du dieses Video nützlich gefunden hast, gib ihm doch ein Like und teile es. Und vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr coole Videos wie dieses.